Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier auf StratoCopterTV. Ach du Kacke, schreibt Kuscha mir gerade. Das ist unser heutiger Gegner. Ja, wir müssen heute ran gegen Hygionic. Das ist derzeit der fünftplatzierte, glaube ich. Ich check nochmal eben die Tabelle, bevor ich hier mit falschen Fakten... Ja, die Ultra Space Stingers vom guten Kuscha, die sind aktuell auf Platz 5. Wir sind aktuell auf Platz 2, trotz der Blamage von letzter Woche, könnte man sagen. Heute geht es halt ran gegen den Fünften. Wir sind Zweiter und es geht tatsächlich für uns darum, wer es in die Playoffs... also ob wir es in die Playoffs schaffen, ob es die Ultra Space Stingers vom Kuscha bzw. Hygionic in die Playoffs schaffen oder ob vielleicht auch noch Fate Steel Knight in die Playoffs kommt. Es gibt also derzeit für vier Plätze sechs Kandidaten und wirklich jeder von denen kann noch reinkommen. Wir wollen natürlich drinbleiben. Das wäre irgendwie der Play. Ja, ich habe am Anfang der Season für mich gedacht, ich will nicht in die Playoffs. Jetzt können wir es allerdings in die Playoffs schaffen. Und wir haben es hier heute... Also wir haben es nicht leicht, sagen wir es mal so. Das Team ist stark gegen das wir heute spielen. Und es gibt so ein paar Begleiterscheinungen für diesen Kampf, die ihn für mich sehr, sehr unsexy machen, sage ich mal. Ja, Kuscha hatte diese Woche leider nur einen Tag Zeit. Also, beziehungsweise wir hatten uns für Mittwoch verabredet, das war schon etwas länger. Ja, ich habe spontan einen späten Dreh reingekriegt. Komme jetzt also von einem 14-Stunden-Arbeitstag. Habe noch kein Abendbrot gegessen. Bin dementsprechend mega hungrig, mega müde. Sitze jetzt aber, anstatt in meinem Bett zu liegen, vor einem Mikrofon. Habe schlechte Laune und habe gerade ein bisschen Angst, dass ich das an euch herauslasse. Was ihr natürlich keineswegs verdient habt. Aber meine Anfrage, ob der ganze Kampf nicht vielleicht auf den Montag geschoben werden könnte, ist einstimmig von den Schiedsrichtern abgelehnt worden, weswegen wir jetzt hier sind. Und ich gerade ganz hart das Gefühl bekomme, die Playoffs zu verspielen, weil ich müde irgendeinen dummen Fehler machen werde. Damit man mich weiterhin als netten, freundlichen Kerl der Pokémon-Community kennt, werde ich jetzt nichts weiter zu diesem Thema sagen. Das ist für uns durch. Teambuilding weiß ich noch nicht, ob eins kommt oder kam. Wenn, dann kommt auf jeden Fall eins, das nach dem Teambuilding entstanden ist. Nach dem Teambilding, nach dem Kampf entstanden ist. So, was hat er denn dabei? Gengar. Landeros in der Inkarnationsform. Er nimmt echt Ninetales gegen mich mit? Damit hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Das Ding müssen wir hart rausgärten, denn ich habe die Stahlattacke nicht auf Dialga, wenn ich mich recht entzünde. Puh, ja. Tatsächlich nicht. Ähm, ja. Igitt. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Wieso nimmt der Alola wohl Nona mit? Das ist doch überhaupt nicht gut gegen mich. Ich habe zwei fucking Steelmons, die mit dem Ding Schlitten fahren. Ey, das Ding habe ich null auf dem Schirm gehabt. Oh, und jetzt kommt der hier mit so einem scheiß Aurora Schleier um die Ecke oder was. Ja. Kein Fan. Wirklich nicht. Aber wir müssen hier durch. Sieben Sekunden haben wir noch. Gucken wir mal, wie das Ganze hier wird. Womit liet er? Eigentlich darf er ruhig mit allem liegen gegen Dialga. Aber vieles können wir da auch noch rausgärten. Roter Pesto. Mit dem Lied habe ich tatsächlich gerechnet, weil ich fest davon ausgehe, dass das hier sein Wahlschallnutzer ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist er geschallt und welchen Move wird er jetzt spielen? Also ich gehe hier ganz stark von der U-Turn aus. Wir könnten hier also jetzt safe die Tarnsteine legen. Er könnte aber natürlich auch sowas wie ein Fokus misspielen. Der würde da natürlich dementsprechend viel Schaden machen können. Erstmal gucken, haben wir hier überhaupt ein Bild? Ja, haben wir. Wunderbar. Sonst wäre das ganze Commentary ab dieser Stelle halt für den Arsch gewesen. Evil-Tile, Choice-Garfe, Level 50. Alter, der Dark Pulse macht halt genug. Ja, wir gehen hier jetzt aber einmal für den Dönerblitz. Und wir sind tatsächlich schneller. Das freut mich ja schon mal. Und das macht mehr als 50%. Und da kommt der Ruhehort. Er hat halt mit dem Draco gerechnet. Womit möchte er denn die Elektroattacke abfangen? Und die Überreste. Wir sehen die Überreste. Das heißt, eine Angst schon mal weniger. Er weiß jetzt natürlich, dass wir gesgavt sind. Was ist seine Antwort in einen Donnerblitz? Das ist Lando. Womit erwischen wir Lando am besten? Lando erwischen wir mit Arzois ziemlich stark. Allerdings könnte er halt für die Giftattacke gehen. Wenn Lando nicht gesgavt ist, erwischen wir das halt mit unserem Dingens sehr gut. Mit unserem Marschallon. Marschallon. Jedes Mal, wenn ich hier sitze, fallen mir die verdammten Namen für die Mons nicht ein. Es ist doch zum Mäusemelken. Ich gehe jetzt tatsächlich in... Ich gehe hier aber tatsächlich in Zapdos. Ich rechne hier mit dem Hardswitch. Er will nicht den Donnerblitz haben, bevor... Oh, er geht tatsächlich auf die Kernwende. Schön. Das bedeutet nämlich tatsächlich Schaden. Und wir haben immerhin die 30% Chance, dass irgendwann tatsächlich mal die Statik triggert. Aber die tut es natürlich nicht. Wäre ich mal noch auf Donnerblitz gegangen, dann wäre er in seiner stärksten Mons jetzt halt einfach schon bei... Keine Ahnung. Das ist natürlich das Vieh. Und jetzt dürfen wir uns natürlich überlegen, was kommt da vernünftig rein. Können ihn halt rausgern mit unserem Dialga. Er kann ja nicht wissen, dass wir die Dingensattacke nicht haben. Die Stahlattacke. Wieso nimmt der denn... Oh, warum nimmt der wohl Nona mit? Das ist super bad gegen mich eigentlich. Ja, wir gehen hier jetzt einfach einmal in... In... Relaxo würde ich fast sagen. Weil wohl Nona ist schneller als wir, hätte hier Eistrahl drücken können. Der würde natürlich vernichten den Schaden gegen uns machen. Hypnose! Ernsthaft? Wer verlässt sich denn auf Hypnose? Das ist ja... Wie man so schön sagt. Ja, wir gucken mal, wie lange wir schlafen. Warum habe ich nicht doch Restalk gespielt? Ach ja, weil das gegenwärtig ein Team Bad wäre, wenn wir nur einen Angriff hätten. Wisst ihr eigentlich, wie verdammt gut Mammutel gegen das Team von Kuscha ist? Ziemlich. Ja, Hypnose. Was hat Hypnose für eine Wahrscheinlichkeit zu treffen? 70% oder so, ne? Ja. Ist also ganz okay. Also es ist fair, dass sie uns trifft. So ist es nicht. Aber so viele Dracos, wie ich in diesem Turnier schon gemisst habe, hätte ich da kein Problem mit gehabt. Schabziger kommt rein. Das ist... Okay, das ist Rayquaza. Uff, ja. Dann würde ich sagen, wir wachen jetzt mal auf und hauen den Eishieb dagegen raus. Da kommt ein Drachentanz. Da kommt ein fucking Drachentanz. Natürlich kommt der. Jetzt steh auf, du dickes Ding. Ja, sehr gut. Eishieb. Röms. Wer ist dieser Rayquaza, von dem alle reden? Ich habe keine Ahnung. Wir drücken hier nochmal Eishieb. Soll er Relaxo rausnehmen? Wäre natürlich ein bisschen bitter. Nein, warum? Nein, ich hätte hier auf Zapdos gehen sollen. Ja. Gut, dass du aufgewacht bist, Relaxo. Tut mir leid, dass ich dich gerade so verspendet habe. Ähm. Sehr gutes Relaxo. Sehr gutes Relaxo. Turn, ein Turn Sleep ist okay. Juhu, da kommt sogar der Z-Angriff. Ja. Äh. Ich hatte kurz gehofft, dass Relaxo das Ganze überleben kann, aber bei der Z-Attacke auf jeden Fall nicht. Vor allem, weil das halt der Z, äh, hier, wie heißt der, Zenitstürmer sein wird. Es hört auf zu hageln. Wunderbar. Hm. So, wir gehen hier jetzt einmal in... Mach-Shadow und können hier jetzt halt mit dem Schattenstoß das gegnerische, äh, Rayquaza rausnehmen. Wir sollten hier kein Risiko eingehen, das Ding ist auf Plus Eins. Auch wenn klar war, dass das passiert, da kommt der blaue Schimmel. Da kommt der Schattenstoß. Der macht natürlich nicht viel. Aber mehr als ich es gedacht hätte, tatsächlich. Ist die Frage, wollen wir hier jetzt mal auf den Protzer gehen und gucken, was passiert? Oder gehen wir erstmal... Ne, wir gehen hier erstmal, so wie ich es auch geplant hatte, in Nachtara. Für den Fall, dass er hier auf sowas wie Toxin geht oder so, äh, nehmen wir das gerne. Weil, wenn er Nachtara toxinisiert, sollte ja die Synchro, die wir haben, sein Arzois, äh, toxinisieren. Und guck mal, dafür, dass das nur ein Schattenstoß war, hat das schon okay einen Schaden gemacht. Und auf diesen Mann soll er ruhig, gerne und viel, ähm, äh, Gedankengut drücken, weil wenn wir uns das Gedankengut für unser Marshal holen können, dann ist das okay. Okay, Urteilskraft, Wasser. Die sollte halt nichts auf Nachtara machen. Sehr schön. Und jetzt können wir entweder einen Wunschtraum drücken oder einen Toxin. Ich bin für Toxin. Das gefällt mir hier am allerbesten. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was für ein, äh, Investment nach Tarat. Da kommt ein Toxin, das ist sehr schade. Dann wäre ich lieber auf Wunschtraum gegangen. Aber halt gut zu wissen. Gut, unser Toxin hat hier jetzt natürlich nichts gebracht. Ähm, sehr schade. Sehr, sehr schade. Aber Schaden auf Blauschimmel nehme ich. Und. Woran gehen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir gehen hier jetzt einmal auf Dialga. Nur für den Fall, dass er irgendwas komisches probiert. Heilung. Haha, wusste ich es doch. Also spielt er schon mal Heilung. Toxin. Liquidation. Das nimmt mir halt tatsächlich die Angst vor dem Ding hier gewaltig. Und wir drücken hier jetzt einmal die Tarnsteine. Da kommt die Genesung. Dieser Blauschimmel wird echt nervig, das sage ich euch. So, dann gehen wir jetzt in Zapdos. Wir haben die Tarnsteine, das ist schon mal was wert. Urteilskraft kommt. Die macht mehr als ich es gewollt hätte tatsächlich. Wir gehen hier einmal auf den Ladungsstoß. Gucken wir mal, was der macht. Der macht guten Schaden. Das war's mit Zapdos. Aber wir müssen uns hier tatsächlich noch nicht so viele Sorgen machen. Wir können hier jetzt... Haben dann nicht noch die Monst, die wir eh zum Gewinnen brauchen. Noch alle in der Hinterhand. Das war gerade ein Discharge von einem nicht investierten... Von einem nicht investierten Zapdos. Jetzt ist halt die Frage... Kann ich hier einfach auf den Draco Meteor gehen? Oder holt er da tatsächlich wohlwissend irgendwas rein? Dadurch, dass er noch eine Fee hat... Ja, ich gehe hier tatsächlich in Dialga. Wir dürfen nämlich nicht dafür sorgen, dass er hier nochmal auf die Genesung gehen kann und da tatsächlich von profitiert. Und deswegen gehen wir hier jetzt straight auf den Draco. Denn ich kann mir einfach vorstellen, dass er hier jetzt... Andererseits ist der Switch in Lando so offensichtlich. Aber er muss halt auch mit dem Eisstrahl rechnen. Er hat jetzt gesehen. Donnerblitz und Tarnsteine. Erdkräfte und Draco haben wir noch. Ähm, ja... Ist jetzt halt die Frage. Was prediktet er? Also ich würde ja den Donnerblitz predikten, weil er den schon gesehen hat. Das heißt, ich würde hier für den Draco gehen und wenn er jetzt auf... Wenn er jetzt auf Dingens geht, hat er alles richtig gemacht. Auf... Ja, wir gehen auf Draco. Er bleibt tatsächlich drin. Komm schon! Das macht viel zu wenig. Das macht viel zu wenig. Okay. Wären wir mal für den Donnerblitz gegangen. Oh, ich hasse Arzois. Es ist so ein fucking Kackmon. Und wir haben letzte Woche schon gesehen, was wir für ein fucking Problem mit Booty Waters haben, ne? Wenn ich hier straight für den Donnerblitz gegangen wäre, hätte er sich wahrscheinlich wenigstens wenigstens nicht gegenheilen können. Deswegen drücke ich hier jetzt einmal Toxin, damit er gezwungen wird, auf Heilung zu gehen. Dann drücken wir... So, da kommt die Urteilskraft, die war abzusehen. Macht aber halt gar nicht so viel. Und jetzt gehen wir auf Toxin. Jetzt zwingen wir ihn halt für Genesung und Heilung zu gehen. Das läuft gar nicht gut für uns. Das läuft gar nicht gut für uns. Ja, die Dance und Setmove ist halt fucking strong. Was soll man sonst sagen? Heilung. So kriegen wir zumindest unser Dialga gratis rein und können hier jetzt mal ein bisschen mit Donnerblitz rumspammen. Jo, Genesung. Das wird witzig. Aber dann stallen wir halt die Genesung und irgendwann kriegen wir die Paralyse. Dafür haben wir doch die 10% Chance, oder nicht? Ne, er ruft zurück. Okay. Cheddar, das dürfte sein Lando sein. Jo. Okay. Dann gehen wir hier jetzt in den einzigen Play, der uns noch bleibt. Und wir opfern hier jetzt mal unser Nachthara, auch wenn ich das nur sehr ungern tue. Da kommen die Erdkräfte. Die töten nicht ganz, aber, äh, ja. Das werden die jetzt tatsächlich tun. Äh, wir könnten hier jetzt alles mögliche drücken, aber eine weitere Erdkräfte nimmt uns natürlich raus. Und damit steht's 3 zu 6. Das sieht gar nicht so gut für uns aus. Aber das war auch ein Albtraumkader für mich. Und wir gehen hier jetzt in Arzois in der Feenform. Und wir drücken hier jetzt ein paar Mal Gedankengut, denn warum sollten wir das nicht tun? Können jetzt erstmal herausfinden, ob er gescaft ist oder nicht, weil wir sind auf dem Land nur die Speedcreate. Wenn er weiß, was gut für ihn ist, geht er straight in Gengar. Nope. Er geht straight in den Blauschimmel. Das bekommt ein bisschen Schaden, wir kriegen ein bisschen Gedankengut raus. Und, ja, jetzt, können wir hier ein bisschen Druck aufbauen. Wisst ihr, ich wollte tatsächlich Sub über Genesung spielen. Wollen wir jetzt mal für den 10% Miss von Toxin gehen? Ich mache das ungerne, aber so oft, wie bei mir tatsächlich schon Dingens gemisst hat, Draco. Ja, komm, wir gehen noch einmal für Gedankengut. Und dann bringen wir das Arzois hier zumindest auf eine Range, in der das nicht mehr so viel macht. Trifft. Schwer vergiftet. Das heißt, ein paar Turns haben wir tatsächlich. Und wir sind jetzt halt in einer Range, in der Gengar uns nicht two-shottet. So, wir sind hier plus zwei Arzois. Wir haben zumindest ein bisschen Special Investment. Ja, sehr schön. Das macht halt noch lange nicht genug. Wir gehen noch mal... Nein, 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 ich wollte nicht für Genesung gehen. Scheiße. Ich habe mich verklickt. Ich habe mich fucking noch mal verklickt. Das ist doch jetzt nicht wahr. Wo ist mein Showdown-Cancel-Button? Das war super dumm. Ja, cool. Damit habe ich gerade Arzois verschwendet. Wenn wir eine Chance gehabt hätten, dann vor diesem Tick tatsächlich. Ich wollte auf Gedankengut klicken. Verdammt. So, wir können jetzt gleich einmal angreifen. mit dem RWT jetzt auf Genesung gehen, um uns aus zu stallen, denke ich. Ja, guckt euch mal an, was das für ein Schaden ist. Ja, wir gehen jetzt hier auf Urteilskraft. So, die nächste Genesung sollte zumindest ausreichen, um Arzois rauszunehmen, aber er wird hier jetzt halt wechseln. In irgendetwas, dass eine Urteilskraft tankt oder halt abgeworfen werden kann. Wir könnten hier noch mal auf Genesung gehen, aber ich glaube, das bringt uns tatsächlich gar nicht mehr so viel. Ja, wir gehen hier noch mal auf die Urteilskraft, auch wenn er jetzt einfach ein Quaser abwerfen wird oder so. Ja, wir gehen hier noch mal an. Ja, wir gehen hier noch mal an. Jo, das wird Ray Kasa sein. Boah, warum bin ich denen nicht auf Genesung gegangen? Ich hab das doch sogar gecallt. Ja. Da kommt der blaue Schimmel. Der wird jetzt wahrscheinlich auf Genesung gehen, oder? Weil wenn nicht, ist er in der Range, wo zwei... Er ist in der Range, wo zwei Donnerblitze reichen. So, das ist safe. Ja. Zwei Donnerblitze reichen. Das heißt, er muss doch hier mit dem Switch in rechnen, oder? Das Problem ist, wir haben gerade schon unser Gedankengut-Setup völlig vertan. Wir könnten jetzt einmal auf den Diebes-Schatten gehen, tatsächlich. Einmal, um zu gucken, was passiert. Wir könnten auf den Protzer gehen, weil ich... Aber wenn er sich erholt, bringt der Diebes-Schatten nichts. Und dann bringt der Donnerblitz nichts. Wir müssen ihn also auf einen Double auf Lando erwischen. Oder jemand anderen halt. sei denn, er rechnet hier jetzt mit einer Z-Attacke. Aber wenn er hier auf Genesung geht, ist Protzer der Play. Wenn er hier auf den Toxin geht, ist Diebes-Schatten der Play. Oder halt in die Alga gehen. Okay, komm, die Alga... Tausch! Ich hoffe, er hat das noch gemacht. Ja, hat er, hat er, hat er. So, geht er jetzt auf Genesung? Ja. So, jetzt könnten wir wieder auf den Donnerblitz gehen. Oder auf den Draco. Also er hat halt nichts zu verlieren, wenn er jetzt einmal drin bleibt und Genesung durch. Deswegen gehen wir jetzt auf Donnerblitz und wechseln dann in Marshadow raus. Wobei, nein. Oh, er kann halt so easy in Lando gehen und den Donnerblitz erfangen. Komm schon, para, 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 para. Ich call nie Hex. Na gut, dann gehen wir jetzt auf Geben wir jetzt auf unser Wir gehen jetzt auf Marshadow und wenn er den Play mit dem Toxin prediktet, dann ist er Gott und hat uns hier verdient 5 zu 0 besiegt. Zalakis kommt rein. Zalakis ist Wulnona. Wulnona hat Hagelalarm und gar keine Angst vor Marshadow. Habe ich hier eine andere Alternative als auf Diebes-Schatten zu gehen? Ich glaube kaum. Da kommt jetzt eine Mondgewalt, weil ich befürchte fast, dass Wulnona das tanken kann. Oh, kann der Aurora-Schleier. Ja, okay. Schade, dass es das noch getankt hat. Können wir jetzt natürlich mit dem IC predikten, dass er versucht, irgendwas reinzuholen, das den Aurora-Schleier tankt. Ach, den Diebes-Schatten. Und wenn das eine seiner Eisschwächen ist, kriegen wir noch einen Kill. Eventuell. Also Eishieb. Aber was habe ich denn an der Stelle noch zu verlieren? Es geht jetzt gerade eigentlich nur noch darum, Kuscher den Einstieg in die Playoffs zu vermiesen, um es halt den anderen, also, ne, den anderen gegenüber fair ihm hier jetzt nicht die Differenz zu schenken. Das Problem ist halt, wenn wir jetzt auf IC gehen, dann tötet Salakiss uns und dann war's das. Das heißt, wir müssten hier eigentlich auf den Diebes-Schatten gehen, um überhaupt einen Kill zu kriegen. und das machen wir. Und das war auch die richtige Entscheidung. Salakiss ist tot. Und damit gewinnt er nur 4 zu 0. Höchstens. Ja, da kommt der blaue Schimmel, der jetzt natürlich machen kann, was er will. Ja, wir gehen hier einfach, um Züge zu stallen. Nochmal raus in Jalga. Urteilskraft wird halt nicht so viel machen, weil ich nicht glaube, dass er viel in Westen spielt. und auch da gibt's Residual Damage, so, also, gehen wir hier nochmal auf den Donnerblitz. Wir kriegen hier wohl keine keine Paralysen. Der Aurora-Schleier wirkt noch, er kann hier jetzt auf die Genesung gehen, denke ich. Aber wir gehen nochmal auf den Ja, ich weiß nicht, wenn wir hier jetzt in Marcello gehen. Ja, Marcello wäre hier die Auflay gewesen, da kommt Cheddar. Cheddar kriegt jetzt nochmal Tarnsteinschaden und wird uns halt gleich rausnehmen. Aber das ist okay. Das ist okay. Ist ja nicht so, als hätte er sich das nicht verdient. Ich kann leider nur Donnerblitz einsetzen, so gern ich hier jetzt natürlich auch was anderes gemacht hätte. Aber wir lassen uns jetzt mal von den Erdkräften treffen. Und stallen so die letzte, hoffentlich letzte Runde. Uh, Steinpolitur, okay. Damit ist es halt safe, dass es kein Walschall oder Cobra Berry, äh, Cobra Berry könnte es halt immer noch sein. Jetzt komm, mach Erdkräfte. So, da wird das Heavy Metal raus. Und ich sehe, der Dingensläut läuft immer noch, der, äh, Aurora Schleier. Das heißt, wahrscheinlich reicht der einen. Da kommen die Erdkräfte. Die tanken wir natürlich nicht. Ich gehe von einem fetten Life-Op-Set aus. Und damit gewinnt Kuscha den Kampf 4 zu 0. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es für ihn reicht, um in die Playoffs zu kommen. Äh, ich weiß halt, wie die anderen Matches ausgegangen sind. Das werde ich euch jetzt nicht spoilern. Ähm, aber für mich heißt es auf jeden Fall keine Playoffs. Äh, es ist schade in der Hinsicht, dass ich, ähm, natürlich gerne erfolgsorientiert gespielt hätte und unter die Top 4 gekommen wäre. Ähm, es ist insofern aber gar nicht schade, dass ich gerade im echten Leben mehr als genug anderen Scheiß habe, um den ich mich kümmern muss. und es nicht bereue, die nächsten zwei Spiele nicht machen zu müssen. Oder das nächste Spiel zumindest. Ähm, ja. Schade, wie das Ganze gelaufen ist. Die letzten zwei Spieltage waren wieder ein bisschen kacke, aber, äh, es zeigt sich mal wieder, dass ich, wenn ich im Real Life zu viel Stress und zu viel zu tun habe, in Pokémon richtig reinscheiße. Ähm, ja. Ja, so ist das Leben. Ist jetzt ziemlich genau Mitternacht. Für mich ist es längst Zeit im Bett zu liegen. Und deswegen will ich hier auch gar nicht weiter großartig mich beschweren, rumheulen und so weiter und so fort. Kuscha hat sehr gut gespielt, hatte mit seinem Arz das richtige Set gegen mich dabei. Äh, Bulky Waters haben meinen kompletten Kader halt außer Gefecht gesetzt. Das muss man leider so sagen. Ähm, Relaxo ist zu früh draufgegangen. Das hätte mir nicht passieren dürfen. Wäre mir wahrscheinlich auch nicht passiert, wenn ich nicht fast einschlafen würde gerade. Aber ich habe gerade gesagt, ich höre auf mich zu beschweren und mache es weiter. Ähm, ja. Das war die LPP für mich, Season 1. Äh, bei Season 2 bin ich gerne wieder dabei, wenn es denn eine geben sollte. Dann aber erst tatsächlich auf der Switch und für Gen 8. Ähm, ja. Dementsprechend war es das mit dieser Season von mir. Wir werden uns aber wahrscheinlich dann im April schon zum nächsten größeren Projekt sehen. Äh, was das ist, erfahrt ihr bei Gelegenheit. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Wobei für euch ist gerade Samstag über Tag, ne. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Und wenn ihr dann das nächste Projekt oder sonst irgendetwas von mir sehen wollt, dann wisst ihr natürlich, wo ihr mich findet, nämlich auf derselben Stelle, auf derselben Welle reingehauen. dann見て ich doch noch ein bisschen Und wenn ihr die eine große Rolle oder so بعد, dann sind die eine große Rolle. Und dann würde ich das auch wo ihr es Und dann würde ich sagen, wo ihr das denn, Vielen Dank.